Musik Wie Gedichte entstehen. Jeder kennt den Moment, da man auf die Lichtung tritt und die Hasen nach einer Sekunde des Zögerns im Unterholz verschwinden. Es gibt kein Wort, das sie aufhalten könnte. Du bist wohl nicht bei Trost, sagte mein Vater, wenn mir die Tränen kamen. Wie soll man ein Ganzes denken, wenn man nicht weiß, was ein Ganzes ist? Und jetzt möchte ich mit einem Mann reden, der genau weiß, wie der Hase läuft in der Literatur und in ihrem Betrieb mit dem Verleger, Romancier und Dichter Michael Krüger. Dessen neues Buch, ein Gedichtband, den zu seinem Ausscheiden aus dem Hansa-Verlag nach 45 Jahren sehr passenden Titel trägt, Umstellungen der Zeit. Schönen guten Tag, Herr Krüger. Guten Tag. Ihr neuer Gedichtband markiert eine Zäsur. Es ist, wie in dem Gedicht, das wir gerade gehört haben, ein Protest gegen das Vergehen der Zeit. Dagegen, dass sich die Wirklichkeit einem Enzid begraben wird unter der Vergangenheit. Ist da das Gedicht eine Waffe, das aufzuhalten? Ja, zunächst mal, wenn man in so einer Maschine sitzt, wie ich das 45 Jahre lang getan habe, merkt man nicht, wie man älter geworden ist. Man funktioniert. Man geht da jeden Morgen hin und geht jeden Abend zu spät nach Hause. Man trinkt zu viel Kaffee, man sitzt zu viel, man ist schlecht für den Rücken, für die Augen, für das Gehirn. Und plötzlich merkt man, jetzt ist Schluss, jetzt kommt eine andere Zeit. Und selbstverständlich sind Gedichte, das muss ich Ihnen nicht sagen, aber ich sage es gerne sozusagen mal im Fernsehen, sind die besten Verlangsamer von Zeit. Gedichte zu lesen bedeutet, sich selbst, den ganzen Körper, das Bewusstsein, die Aufmerksamkeit zu verlangsamen. Romane, die alle auf ein Ziel hinwollen, das ist eine alte Unterscheidung von Paul Valéry, Romane oder Prosa, die auf ein Ziel hin müssen, um es zu erreichen, die brauchen Schnelligkeit. Beides sind Zeitmaschinen, aber Sie haben mal gesagt, Literatur insgesamt sei ein Lebensmittel. Was für braucht Michael Krüger Literatur? Ja, ich brauche sie tatsächlich, ich kann gar nicht anders. Das Schönste ist eigentlich morgens aufzustehen und an den Küchentisch zu gehen und Gedichte zu übersetzen. Auch aus Sprachen, die man gar nicht kennt oder versteht. Wie geht das? Mit Interlinearversionen? Nein, man nimmt sich Wörterbücher und lernt daran, weil das Übersetzen von Gedichten ist halt das genaueste Lesen. Und wenn ich zehn Zeilen übersetzt habe, dann bin ich schon ein anderer Mensch. Und das ist der Punkt, den ja auch Brodsky mal vorgeschlagen hat. Wenn man in allen großen Institutionen, vor allen Dingen in Parlamenten, morgens vor der Sitzung ein Gedicht vorlese, würde in allen Parlamenten eine andere Sprache gesprochen. Ah, da bin ich mir nicht sicher. Das ist ja dann die Rolle der Literatur wie von der Religion. Der amerikanische Kongress betet und wir lauschen Götter. Ich habe nicht von Beten gesprochen, aber stellen Sie sich mal vor, Herr Lammert sagt, meine Damen und Herren, bevor wir zur Diskussion des Haushaltsplans kommen, liest Frau Merkel ein Gedicht von Durst Grünbein vor. Wären wir dann in einem anderen Staat? Nicht in einem anderen Staat, in einer anderen Sprachform. Meinen Sie, dass der Unsinn sich dann nicht nur tarnen würde hinter irgendwelchen Sprachgirlanden? Nein, ich glaube... Die würden immer noch über Dosenpfand und Mehrwertsteuer reden, nur vielleicht in der Form der Sestine. Ja, aber das ist ja der ganz große Witz. Sie können über alles, was wir tun, hat eine Sprachform. Und auch das Dosenpfand muss ja in irgendeiner Weise behandelt werden, ob wir das wollen oder nicht. Das ist so in modernen, ausdifferenzierten Gesellschaften. Aber auch über das Dosenpfand kann man natürlich so reden, wie zum Beispiel William Carlos Williams über die Pflaumen im Eisschrank geredet hat. Das heißt, in einer anderen Weise. Jetzt haben Sie in bald 45 Jahren Umgang mit der Crème de la Crème des internationalen Geistes gepflegt. Sie waren zigmal in Stockholm und haben die Literatur-Nobelpreis-Verleihung miterlebt, als deutscher Verleger des Literatur-Nobelpreisträgers. Ich kann Sie gar nicht alle aufzählen. Was hat eigentlich Michael Krüger vom persönlichen Umgang mit diesen Titanen des intellektuellen Lebens gelernt? Gibt es da was zu lernen? Ich hoffe, es klingt nicht eitel, wenn ich sage, ich habe von allen gelernt. Ich habe selber nicht studiert. Ich bin also der reine Autodidakt. Sie waren Buchhändler. Sie waren sogar Drucker und Sätze, glaube ich. Ja, das ist ja ein ordentlicher Beruf. Drei Jahre in London, Bücher verkauft. Ja, zwei. Nein, das Wichtige ist, ich habe eigentlich von jedem Buch gelernt. Ich habe von jedem Gedichtmann gelernt. Gerade, ich glaube, es war immer ein Kriterium. Lernt man eigentlich von den Genies oder lernt man von denen, die es nicht so gut können? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, man lernt von allem. Mit welchen Gedanken, mit welchen Gefühlen tritt man in so ein neues Lebensalter? Ist da auch eine Angst? Eine gewisse Angst ist da und die hat dazu geführt, dass ich mir lauter Ehrenämter an den Hals geholt habe. Ich bin ja hier in Bayern Akademiepräsident geworden und habe noch einige andere Dinge zugesagt. Und dass ich jetzt schon wieder Angst habe, zu wenig Zeit zu haben, um eben das andere Leben, um die Umstellung der Zeit richtig genießen zu können. Aber ich habe mir streng vorgenommen. Ich werde morgens eben arbeiten und dann kommen die ganzen offiziellen Sachen. Ich werde etwas weniger trinken. Ich dachte jetzt, man würde dann mehr trinken, weniger trinken. Man hat ja nicht mehr so viel Zeit. Sie sind ein junger Mann, Herr Scheck. Im Vergleich. Ich bin 70. Wie lange hat man noch einen klaren Kopf? Ja, aber die erfreuliche Ausdehnung unserer Lebensalter. Man kann doch inzwischen fast bis 100. Man kann. Aber das Durchschnittsalter ist 78,4. Ja, aber nicht von erfolgreichen Verlegern. Solche Silberrücken-Alphatiere, die... Ihr Wort in Gottes Ohr. Aber jeder merkt ab 70, die Zeit ist endlich. Es gibt noch etwa... Merken Sie das Alter? Ja, doch, das merke ich schon. Merken Sie das beim Schreiben? Nein. Gibt es Dinge, die Sie heute besser können als mit 20 oder schlechter, jetzt als Schriftsteller? Ja, das ist eine gute Frage. Man wird natürlich, gerade bei so essayistisch-kritischen Sachen, wird man routinierter. Man achtet vielmehr darauf, auch auf rhetorische Dinge. Ja, wie das klingt. Als ich 20 war, wollte ich immer den Inhalt vermitteln. Heute lese ich, wenn ich was geschrieben habe, ganz egal was, ich lese es hundertmal, um herauszufinden, ob noch irgendwo eine Silbe fällt. Letzte Frage. Wann ist der Schriftsteller, wann ist der Dichter Michael Krüger beim Schreiben am glücklichsten? Am glücklichsten frühmorgens, wenn die Sonne aufgeht. Also im Sommer sehr früh, im Winter etwas später. Michael Krüger, vielen Dank. Umstellung der Zeit, heißt der herausragende neue Gedichtband von Michael Krüger, erschien im Surkamp Verlag.